Oh Mann, ist das ein Traum, was? Das Wasser glitzert, der Himmel ist wie Champagner und diese Luft, die kannst du fast schmecken. Warum machen wir uns eigentlich den ganzen Stress Tag ein Tag aus? Immer diese Hektik und ständig sitzt hier jemand am Nacken. Immer muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Warum nehmen wir uns nicht einfach die Zeit, schließen die Augen und hören auf das Herz der Natur im sanften Rhythmus pochen? Pettum, 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 Pettum. Wird ihr das auch? Oh mein Gott, jetzt halt endlich die Fresse und gib mir den Akkubohrer.